Am Anfang ist es das Durchhaltevermögen, auch wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Es gibt keine einfachen Wege oder schnelle Lösungen, sondern immer nur das Ziel. Dein Training durchzuziehen und dabei dein Bestes zu geben. Du bist nicht allein, wir sind an deiner Seite. Nutze das Beste aus dem, was die Natur dir gibt. Du stemmst dich einfach Gewichte oder läufst Kilometer. Du bezwingst deine Zweifel. Es geht nicht darum, in 45 Minuten das X-Word-Level zu erreichen. Nicht heute. Lerne aus deinen Fehlern. Schau nach vorne. Und lass dich von denen inspirieren, die den Weg vor dir gegangen sind. Jeder Tropfen Schweiß. Jede Wiederholung. Jeder Schritt nach vorn ist ein Beweis für deine Stärke. Also Krieger, zeige dich der Herausforderung. Bezwinge nicht nur das Training, sondern das Leben selbst. Worauf wartest du? Komm und trainier mit uns. Home of experts. Home of fit bleiben.